hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge minecraft vizem monster ja ich habe die energiezelle von ich glaube dort oder dort nach dort gesetzt denn irgendwie wollte das nicht richtig von den generatoren und dynamos zu den lasern gehen warum auch immer ich schätze was liegt an der baumfarm die dort ist die verbraucht sehr viel an energie nichtsdestotrotz lädt sie jetzt und wir hier genug power das heißt wir könnten die mal haben ein schalter dabei durch nicht obwohl doch ja mein schalter und wir sagen pass auf sie ist redstone und so müsste dann müsste dann auf jeden fall können wir jetzt die marker plus haben wir hier und wir brauchen noch ach so genau die schmeißen wir rein die schmeißen dass das das und das und bekommen wir den enchantmover und warum ist denn da immer noch ach so welches ausschalten ne ja klar das darf natürlich nicht passieren und warum bist du aus du sollst darauf nicht reagieren du sau so da haben wir hier auf jeden fall genug power oder auch nicht ja damit hätten wir dann den enchantmover was wir noch bräuchten wäre die pumpe plus allerdings tanks gut dazu brauchen wir nur glas ja weil das hat ist eine ganz nette kombination die pumpe plus und die corey plus arbeiten nämlich dann zusammen das ist ziemlich genial so wir werden dafür uns mal in das hauptlager begeben würde ich sagen während dass ich da vielleicht sich zusammen kraftet werden wir auf jeden fall mal die pumpe plus noch bauen also noch mal im überblick wir brauchen zwei pumpen zwei mining wells das heißt sechs zwölf eisen hier ein bisschen eisen da ein bisschen eisen ok also bauen wir erstmal die zwei spitzhacken ich hoffe wir haben noch genug eisen hier das sieht dünne aus einmal zweimal 40 das kann knapp werden zapp 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 einmal zweimal zapp 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 1 2 3 4 ach da 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 steine 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 1 2 3 4 1 2 und das ganze nochmal auf eisen basis 1 2 3 4 1 2 so und die stecken sich noch nicht dann einmal so und so und dann habe ich es vergessen ach redstone das gute alte redstone wo ist es da 1 2 1 2 1 2 schuppdiwupp tanks 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 hier glas ok glas müssten wir oh glas haben wir auch nicht mehr sand haben wir aber noch was passiert wenn ich es hier reinschmeiße es wird zu glas hervorragend du sollst alles importiere alles bitte so dann können wir die tanks würde ich sagen noch bauen und davon brauchen wir ja gut hier brauchen wir nur zwei ok naja das hält sich also in grenzen glas 1 2 oh wir bekommen ja nur einen tank raus also müssen wir ja 8 stacks verbraten warte mal noch kurz das ist der erste tank und der zweite tank schuppdiwupp so und so dann bekommen wir jetzt schon mal zwei pumpen dann brauchen wir hab ich nicht noch irgendwo eine kiste wo ne ich sag ja ich hab ja noch ne ach das ist nur cobblestone wir brauchen ach golden und stein ach komm ernsthaft ok haben wir noch stein drin stein habe ich nämlich rausgenommen ne gut dann laufen wir mal wieder zurück da 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 so auch eine diamantblume ist fertig sehr schön so stein hatte ich nämlich hier noch und ich habe auch noch glas das hervorragend äh wie viel stein brauchen wir 32 32 das sind ich glaube 8 bekommen wir also 4 das heißt wir brauchen 8 steine 35 schwer 8 steine nehmen wir das so zip zup zopp 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 zapp und zapp und zapp zapp zwei drei vier und das ganze nochmal in gold gold habe ich hier nicht drinne gold brauchen wir ja nur einmal wo ist gold gold ist unten und zwei so 12 und 18 so jetzt brauchen wir natürlich noch ja wie kommen wir aus bienenwachs aus grün da kommen wir das auch ach was ich glaube da gehen wir mal zum john pt denn der hat dann nämlich schon ein ein regenbogen baum gefällt ich hoffe er hat auch grün dabei ansonsten wird das schwierig ein regenbogen baum grün hat er noch mehr grün wie brauchen wir denn das reicht doch schon und danke ich glaube grün brauche ich oder grün ich glaube nicht ja so ein grünes schaf von daher sehr schön haben wir glück gehabt ja so regen baum regenbogen baum ist schon was feines wenn es um färbemitte geht und sowas mal sehen ich glaube die gehen auch nicht in den baum haben das ist das problem wir haben noch das tank problem glaube ich so sieht es hier aus 53 glas das nehmen wir uns alles raus das waren nämlich acht stecks ne da sind wir gerade neun brauchen tun wir 64 das ist so übertrieben viel aber platz haben wir noch hat das sand sand ist hier unten oh es regnet ist auch nur zwei stecks das ist ja schade und hier haben wir nicht genug power das ist ja ärgerlich auch heute sind wir wieder alleine und das wird sich wahrscheinlich die ganze woche hin durchziehen weil ich ja wie gesagt samstags aufnehmen und da die kollegen nicht dort sind hier ist noch clear glas ne das funktioniert nicht als ein tinker construct ist kann ich ja anders kräften durch nicht wo krieg ich denn jetzt sand her kompressed sand toll wenn ich kabel zu einem meserator packte toll grinder eine segmel sandstone ist sogar noch besser ich meine kabel zu haben wir genug ne so ist es nicht so ist es nicht dann schmeißen wir jetzt einmal hier rein meser quads das ist cool und der meserator man braucht der lange glas wir benötigen noch mehr glas das ist reines glas das ist schön haben wir hier nur noch glas hier ist noch die ender pumpe hier ist noch die ender pumpe das ist ja irgendwie schade wirklich schade also muss ich ja extra noch warten ich will nicht warten ich will spielen kennst du ne das unreal tournament kind das ist doch genial gewesen 14 14 fehlen noch 50 glas 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 ne ne aber ich glaube wir haben keine mimi Prognost 5 план denn ich meine pf und habe ich das freundlich hat guckt so ein scheiß habe ich noch welche haben wir noch welche wir haben auch keine mehr letzte chance vorletzte chance war es das verletzte mhm fordchen haben wir immer Mimitides, Mimitides aha, nicht getroffen au, Arsch schub die Wupp schnell weg da sind welche äh, der kommt uns echt daher wow oh ein kurzes Leck lass mich die noch abbauen lass mich die noch abbauen zopp da oben sitzen wieder welche hier hier, komm her, komm her, komm her voll ausgetrickst hier war auch wieder noch keiner hab ich da, ne, da hab ich keine gesehen, schade hier ist auch nix wo sind die alle hin schade abgeerntet reicht doch nicht, oder ouch da, 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 da hmm da ist nix laufen, 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 laufen gehen wir nochmal da drüben hin eigentlich sieht man die doch sofort hmm hmm ach das ist ja wieder Wunderbärchen und hier ist es noch alles dunkel und ich hab keine weiteren Fackeln dabei ja super äh mini Zombies auch nicht schlecht da ist noch einer oh zwei zopp du hast ne Schaufel dabei komm kommst du ich hoffe ja nicht fallen lassen ist ja doof zwölf Stück ok zopp 24 mal Glas da sind mal gerade drei Tanks haha wo kriegen wir am schlauesten jetzt sowas her das weiß ich nicht es gibt noch eine Möglichkeit und zwar ist das unsere ähm Mining Welt wo wir dann auch die Decoy Plus aufbauen werden da wäre ja noch eine Variante es regnet ja toll das er hat hier übrigens das Regenbogenbaum und ganz viele Zombies aber da kommen auch immer mehr dass wir jetzt mal dorthin gehen weil da ist ja eine relativ große Fläche freigelegt weiß gar nicht ob hier noch irgendwas drin ist nein auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht hier wäre übrigens grün noch drin gewesen vielleicht ein bisschen wenig aber es wäre was drin gewesen hm nö hier draußen steht auch keine Kiste mehr Sand Mann bist du langsam ey ja kurzer Ausflug in die Mining Welt und tschüss Ah Home ich hasse das das geht manchmal super und manchmal gar nicht Moment geht es hier gar nicht Jetpack haben wir noch ein bisschen ist gut dann kicken wir mal da sind welche hier sollen auch ran kommen schwupp schwupp ähm das sind auch Fische oder? ja ich sag ja hier sind noch viele muss auch wieder freilegen nach schuppdiwupp und dann haben wir unter uns auf jeden Fall noch einen dahinter ist da ist noch einer da oben sind noch zwei wenigstens ok ich will das nicht ich will nur das haben wir den nicht aufgekommen? schupp die Konstruktion ist äh ja wasserbedingt hier war ein bisschen viel Wasser da sind auf jeden Fall noch welche die auch hier rauf gehen so und so ja während ich hier noch ein bisschen rumlaufe äh beende ich einfach mal die Folge und sage danke für's Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder mal sehen wahrscheinlich werden wir morgen hier noch weitermachen noch ein bisschen suchen und ja falls es euch gefallen hat dann bitte doch einfach mal bewerten und bis morgen. Tschö.